Guten Abend zu den Sportnachrichten. Ost-Berlin. Union Berlin ist immer noch in der Schockstarre. Am Ende hatte man für die Verpflichtung von Isco zu wenig Dispo. München. Nach Cancelo hat der FC Bayern München in letzter Sekunde noch Claudia Effenberg verpflichtet. Sie soll an der Säbener Straße in der Gerüchteküche arbeiten. Gelsenkirchen. Neues Finanzkonzept beim FC Schalke 04. Im Dauerkartenpaket sind demnächst auch zwei Konzerte von Ed Schieren und der Gruppe Pur enthalten, um das Angebot attraktiver zu gestalten. Zuletzt war die Nachfrage bei den Ultras für das Biathlon-Event deutlich größer als für die Heimspiele von S04. Dortmund. Der BVB hat per Internetabstimmung einen möglichen neuen Mannschaftskapitän gesucht. Gewonnen hat die Abstimmung überraschend Marcel Raducanu. Er befindet sich zurzeit allerdings in Rumänien, wo er Urlaub macht, in einem Kanu. Nochmal Berlin. Überraschend bleibt der Fasttransfer von Union in der Hauptstadt. Isco eröffnet dort ein Bistro. Gelsenkirchen. Bei Schalke 04 wird das Vereinslied umgetextet. Aus dem Steigerlied wird nun das Absteigerlied. Köln. FC-Maskottchen Hennes hat sich überraschend in Trainer Baumgart verliebt. Der Geisburg verweigert seit drei Tagen das Essen. Trainer Baumgart machte dem Geisburg in des Hoffnung auf ein Happy End. London. Der FC Chelsea ist im absoluten Kaufrausch. Nach dem Kauf von Enzo Fernandes und weiteren Millionentransfers verhandelt Klubbesitzer Todd Boheli zur Stunde mit Felix Magath. Er bietet Chelsea aktuell Angelo Charisteas, Ali Karimi und Carsten Janker zum Kauf an. Berlin. Isco in der Disco. Das sei der Grund für die Absage an den Spanier. Trainer Urs Fischer sagte wörtlich, der geplatzte Deal mit Isco sei ein Fiasko, aber ist so. San Francisco. David Beckham kaufte einen weiteren Fußballverein. Gerüchten zufolge habe er sich bei Amazon verdrückt. Und zum Abschluss noch eine Meldung vom American Football. Tom Brady verkündet erneut das Karriereende. Eine Stunde später verkündete erneut sein Comeback, welches er jedoch zehn Minuten später wieder wieder rief. Zur Stunde sei Tom Brady komplett verwirrt. Soweit die Sportnachrichten. Ja, Isco leider nicht zur Union Berlin. Das enttäuscht natürlich viele. Und das Transferfenster hat mittlerweile auch geschlossen. Die Frage an dich deswegen. Welchen Spieler würdest du gerne mal in der Bundesliga sehen? Und wenn ja, bei welchem Verein? Schreib es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns gleich hier in meinem nächsten Video. Außerdem auf die Glocke klicken und Daumen hoch, bitte Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Komm mal auf meiner Tour vorbei. Mut zur Lücke. Geht weiter.